Die Sigrid war meine erste Freundin. Da muss ich aber jetzt länger ausfallen. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass es irrsinnig viele Leute gibt? Sie nicken mir den Kopf, wir waren noch nicht fertig. Die irrsinnig gern und viel reden. Und mit denen kannst du aber nicht reden. Weil die holen da nicht zu. Die haben praktisch nur eine Art von Gehirnzellen-Senden. Und wenn du das durchschaffst, das mit denen redest, dann sitzt ein kleiner Bus da drin, der sagt, einer wird verweigert und geht schon wieder weigert. Und dann bist du total arg und sagst, ja, jetzt möchte ich mit dir reden. Dann schauen sie nicht in die Augen, sondern durch die Augen durch. Und der Blick macht zur Kurve und geht wieder in den selben Schädel hinein. Und die Leute sind meistens schirch. Meistens, hab ich gesagt, nicht immer. Meistens heißt es nicht immer. So wie eigentlich nicht wirklich ist. Auch ganz wichtig, eigentlich ist nicht wirklich. Wenn sie jetzt den Partner fragen, wie gefoll ich da? Und der sagt, na, eigentlich gut. Müsst was ändern. Und die Sigrid hat viel gered. Puh! Die ist schon grauslich gered. Pah! Was die gespuckt hat bei den Reden. Pah! Wie heißt denn du? Sigrid! Pum! Wahnsinn! Wo wohnst denn du? In Esslingen! Pah! Da hab ich gesagt, dann bin ich froh, dass du nicht in Fiestestorfen wohnst. Fiestestorfen und Piestestorfen! Und die war schon... ... ... ...